Der November soll kalt werden? Sicher nicht! Und warum nicht? Wegen der heißen 70s und 80s Disco Night! Am Samstag, den 5. November, ab 20 Uhr, mit dem Wetterhuber und DJ Daddy Cool. Wir spielen für Sie die größten Disco-Kult-Hits der 70er und 80er. Die Arabella 70s und 80s Disco Night. Samstag, 5. November, ab 20 Uhr, in der Freiheitshalle, direkt an der Donnersberger Brücke. Infos und Kauten auf radioarabella.de Kiss!